2.200 Kilometer rund um Österreich. Maximal fünf Tage und zwölf Stunden Zeit. Die Sportler treten in die Pedale. Das Race Around Austria ist eines der Rennen im Radsportkalender. Und wer vorne landen will, für den heißt es strampeln, viel essen und wenig schlafen. Wenn man es wirklich professionell betreibt, dann fährt man die erste Nacht einmal komplett durch und dann wird die erste Schlafpause irgendwann einmal so nach 40, 45 Stunden eingelegt. Da war auch nur Powernapping, das heißt eine Stunde, eineinhalb oder vielleicht schafft man es überhaupt, dass man überhaupt nur mit 20 Minuten Pause durchkommt. Und in dem Rhythmus sollte man das Rennen eigentlich ganz gut meistern können. Hier in der Raiffeisen-Arena in St. Georgen im Attergau ist für die Sportler jedes Jahr die Start- und Finishline. Gerade kommen die Teams der Oberösterreich-Challenge ins Ziel. 560 Kilometer und über 7000 Höhenmeter sind sie am Stück gefahren. Dafür braucht der Körper vor allem Energie. Ich habe mir ganz viel Gels und so Polyhydraten die Kleine gehabt und ein paar Kombi-Pärle. Einfach für die Energie. Wir haben vom Riegel natürlich Gel, dann habe ich so eine Flüssignahrung und dann haben wir improvisiert mit Buttersemmel, Nutellasemmel. Ja, das waren so die wichtigsten Dinge und halt immer schauen, dass jede Stunde die Kalorienzufuhr irgendwie passt. Da haben sie eh ordentliche Arbeit geleistet und in mich hineingestopft quasi mit dem Kochlöffel. Jetzt haben wir mental einmal so, dass man sagt, man will nichts mehr essen, aber man muss. Ja, ja. Also das Problem ist eigentlich bei mir immer, dass man es halt runterkriegt. Also ich kriege es ja wohl in den Mund rein, aber runterschlucken, das ist einfach dann, wenn das alles so bampig wird und so trocken. Es war halt so, dass wir gesagt haben, ja, du hast die Wahl, aber ob essen oder nicht essen, da steht niemand zur Diskussion. Zwischen zwei und vier Betreuer kümmern sich während dem gesamten Rennen um die Navigation, das Rad, das Essen und sind die mentale Stütze. In diesem Team gibt es sogar einen eigenen DJ. Wir haben das Glück gehabt, dass wir lauter coole Leute mitgekommen haben im Team und bei uns ist eigentlich immer der Schmeck rein, dass ich immer Musik ganz laut auftragen bin. Und diese Stimmung hat den beiden Jungs zum dritten Stockerlplatz in der Business Challenge verholfen. Per Lifetrack kann man jedes Team in Echtzeit auf der Landkarte verfolgen. Radeln in der Nacht bei sieben und am Tag bei 24 Grad. Essen, auch wenn man es nicht will. Da braucht es vor allem einen starken Willen. Natürlich, die körperliche Verfassung ist ein Riesenthema, überhaupt keine Frage, aber ich glaube, dass der Kopf noch viel mehr Rolle spielt als der Körper. Bei dieser Veranstaltung gibt es nur Sieger, weil da geht es einfach darum, dass man sich das, glaube ich, vornimmt, sich vorbereitet und es dann irgendwie schafft. Und das sieht man bei jedem Zieleinlauf, dass die Leute einfach alle gut drauf sind. Manchmal ein bisschen müde, aber grundsätzlich gut drauf sind. Denn haben die Finisher den Pokal in der Hand, sind die Strapazen schnell wieder vergessen.